Ähm, du bist schon drinnen. Juhu! Yeah! Es geht los! Hoffentlich. Ähm, müssen wir gucken, wie der hier nochmal war. Ähm, zwanglos. Da spielen wir Rumble. Das ist 3 gegen 3. Ja. 3 gegen 3. Und Spiel suchen. Ich hoffe, es ist alles richtig eingestellt. Ich hoffe, du hast die anderen Hälfte wieder rausgenommen. Ich glaube keine Ahnung. So. Wir spielen schon wieder ein Mann, viel besser. Wir sind direkt im Spiel drinnen. Wir sind direkt drinnen. Wir sind direkt drinnen. Ah, fuck. Was ist das hier für ein Kaltstart? Ja! Nein! Okay. Ja! Ja! Bis jetzt mal nochmal die Items ein. Äh, Link am Stick. What? Fuck. Achso, so war das. Ja. Nein! Wow. Wow. Wow, wow, wow. So macht man das. Ähm. Ah! Okay. Nein! Nein! Wie fühl der? Ist ja ganz okay. Nach vorne! Schön gemacht, Mario! Und bin tot! War ich fertig! Reche mich! Nein! Mach dich weit rein! Alter! Ich muss noch mal nachhelfen von hinten. Ist denn der angeschossen? Warte da. Warte, warte. Warte, warte. Jetzt komm ich. Okay, jetzt freue ich mich. Hast du mich nicht mal berührt bei mir? Ja. Ja, er ist vorher weggesprungen. So, das hätte ich ihn berührt. So. Ähm. Fängt schon wieder an zu lecken. Warum leckt es denn schon wieder? Ich hab das jedes Mal in Rocket League. Mann, wenn ich nur aufnehmen könnte. Oh, schön! Schönes Ding! Ja, bei mir geht das nicht. Bei mir spinnt OBS und überhaupt Shadowplay. Alle verraten mich. Ähm. Nur Audacity. Das bleibt mir treu. Was wollte ich denn jetzt eigentlich mal gesagt haben? Ach ja! Ich entschuldige mich für die letzte Folge. Ja! Da habe ich angeblich gelogen. Ja! Also angeblich. Nein! Ach Mist. Du hast gelogen. Entschuldigung! Du hast gelogen! Du hast gelogen! Nein! Ähm. Und zwar kommt The Forest erst ab dem... Was war das jetzt für ein Fail? Rocket League kommt erst... Äh, nicht Rocket League. Äh, The Forest kommt erst ab dem 17. glaub ich. Ich wollte nicht, dass du den noch reinmachst. Ich habe den festgehalten. Aber war deiner! Du Nutte! Du Nutte! Also eigentlich haben wir 5-0 gewonnen. Also eigentlich haben wir 5-0 gewonnen. Ich wollte es dir nicht geben. Nein! Also ich habe den noch so schön mit dem Pumpe so in die Richtung gebracht. Oh Gott! Ähm... So eine Nutte! Ähm... So eine Nutte! Da geht es jetzt in die Starbase Arc! Oh, Training! Hachi! Ein Tor gemacht! Nö! Doch! Na, guck der ist wieder rausgerufen vielleicht! Boah! Fick dich! Ah, das war's! Das war's gar nicht! Das sah aus, wenn was gewesen wär's! Nein! Ja, sowas tut ganz gut! Ich bin viel zu sehr mit Essen beschäftigt! Essen, 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 Essen! Ich habe so ein Gefühl, dass es hier nichts wird, diesmal! Au! Ja! So will er dazu! Okay, wer ist wo? Oder Kollege irgendwo, oder? Nein! Wir beide sind auf selber Ebene! Unser Kollege ist hinter uns! Nach Mareja! Okay, ich spring drüber! Das dauert dem Nerf aus dem Boost! Das war nicht oben drüber, aber egal! Oh! 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 Oh nein! Oh nein! Schnell! Oh! Jörg Gott! Das hat mich auch! Oh! Oh, oh! Ok! Oh ich liebe Si! Oh, jetzt hab ich doch wieder mit! Steck den! Jo! Nein! Ich hab aber einen zerstört! Was zum? Alter! Kann ich auch mal wieder spawnen? Danke! 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 Komm, überspringe! Überspringe! Ja? Ihr beiden seid vorne! Nein! Super! Ich hasse so einen Ball! Was? Nein! 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 Das kommt doch nicht! Was kommt denn? Alter! Die kriegen immer die gerechtigen Items! Das ist doch eine Scheiße! Ich hab keinen Bock mehr! Du kriegst nicht diesen Führer, ne? Achso! Nach vorne! Nach vorne! Ja doch! Mama! Sieh, der kommt doch nicht mehr nach vorne! Ich muss sogar wieder nachhelfen! Oh nein! Ich hätte ihn sogar reinmachen können! Mario, was machst du da? Was ich mache? Alter! Nein! Nein! Ist schon wieder! Super! Die Sachen kriegen die ganze Zeit diese richtigen Items! Also... Gut! Nein! Nein! Oh Gott! Magnet gegen Magnet! Der Ball muss weg! Oh Gott! Ich werde geportet! Portal! Nein! Was machst du denn da? Ich dachte, der Ball kommt weiter in die Mitte! Dann wäre es perfekt gewesen! Jaaaa! Schön! Warte, das ist jetzt nochmal! Das war aber grad eben komisch aus, das mitgegeben! Scheiße! Der war geplant, dass er weiter in die Mitte kommt, wenn ich den erst zünde! Oh Gott! Dann hat den irgendeiner in dem Moment, wo ich zünden wollte, hat den dann geblockt! Okay! Und weiter geht's! Warte, das kriege ich! Okay, sorry! Oh Gott! Mein Motor ist überlastet! Und ich habe die Spikes! Fahr! Fahr! Nein! Spring! Scheiße! Was zum... Oh, ich bin da geportet! Ah! Ich kann nicht fahren, ey! Ich bin straight! Komm! Oh! Ich bin zu spät gekommen! Halt dich da, komm! Das ist ein Schallspiel! Ah, ich bin auch falsch gesprungen! Ich muss die Folge von vor drei Wochen umbenennen! Weil dieser Start ist noch schlimmer als der! Nein! Der ist viel besser, der Start hier! Nein! Was macht ihr denn da? Nein! Ich dachte, ihr macht ein gutes... Hätte einfach direkt drauf gehen sollen! Das ist zum Ficken! Ich glaube, ich war gerade mal im eigenen Wirbelsturm gefangen! Wirbelsturm! Wirbelsturm! Komm! Jetzt kickt du ihn rein! Von der Seite! Oh! Nein! Oh! Fuck! Fuck! Nein! Was macht der Bader noch so, wenn er den guckt? Ah! Ich hab Spikes! Ich hab Spikes! Ich hab Spikes! Ich hab Spikes! Oh mein Gott! Und jetzt noch die Trio! Da! Entfache! Nichts! Ich hab's zäniere. Er ist ja nie! Ich bin jetzt ein Wohler! Ich bin jetzt ein Wohler! Oh! Ich bin jetzt ein Wohler! Ich bin jetzt ein Wohler! Was für eine Pumpe denn? Da vorne Alter Ich hab den Pumpe, ich hab ihn auch, ich hab ihn auch Der hat da noch einen gefroren, ey Nein Ja Nein Ich bin drüber Das gibt's doch nicht Ich hatte den Pumpe, ich war auch Warum war ich denn nicht in Reichweite? Ich war doch nah genug dran Du kannst jedes Item einfach von der anderen Hälfte des Spielfeldes auszünden Aber nicht den scheiß Pumpe, wenn du den gerade warst Mann, ey Ich bin leicht akassiv Sorry, dass ich den Busse gerade klaute Wow Ja, klar Ich fahr auch noch dran Ah, Hexer Sechs mal geholfen Ja, klar Ja, klar Alter, jetzt machen die Ich wollte schon sagen Ich wollte schon sagen Ja, komm Hort ab Wuuu Wuuu Ne, gespielt Ne, gespielt Ne, gespielt Oh, 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 oh Gell姐 Ja, 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 ja Ha, 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 ha Nein Jee, nee Jee 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 Ich weiß esta, wasangst Frank Was? Was? Eigentor. Oh. Es gibt kein Eigentor, wenn man grau ist. Doch. Wenn das blau oder grau. Du bist rechts von mir. Ja, du bist näher am Ball dran. Wir beide fahren einfach zurück ins Tor. Wie geil. Wir beide mitmachen. Wie geil. Alter, nicht schon wieder. Ich hab die Spikes. Magnet. Ich hasse dich. Alter. Wir alle vorbei. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja. 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 Schön. Das ist sogar als Distanz-Tor gewertet. Als ob. Warte, warte, warte. Ja, das war eindeutig Distanz. Ja. Aber weißt du, es fällt mir jetzt gerade erst auch das übele im Tor noch mal ein LED-Schritt, dass die Anzahl der Tore steht. Wie oft spiele ich schon auf der Map? Wie oft spiele ich schon auf der Map? Ich glaube oft genug. Okay. Oh, super. Genau. Das ist einfach. Wir sind so mega töd Single-Arpe irgendwo ist wie es aber da ist. Okay. Nein! Hä? Oh! Was zum Fick? Ich bin gegen den Stick gekommen und habe auszusehen meinen Boxsack benutzt. Wie dein Boxsack? Äh, meinen Boxhandschuh mein ich. Wollte schon fragen. So warte, du stehst mal kurz so ein PC auf und gehst an den Boxsack. Okay? Ja. Ich kann das. Die Faustgottes. Hast du hier so ein Budspenster-Typ? Ha! Ich habe ihn mitgenommen. Alter. Okay. Schön. Nix da. Jetzt kommt er mit seinem Magneten, ne? Nee! Ja, da sieht man den Magneten. War schön rausgekickt aus der Reichweite. Ja. Ja. Ach du Scheiße. Alter! Der Typ mit den Spikes. Das hat dir so gar nichts gebracht. Ja. Ich habe ihn weggetreten, Junge. Ja. Alter! Schönes Tor! Mal sehen. So sollte das immer laufen. Oh! Oh! Und weiter! Und wieder. Ich wollte schon sagen. Nach vorne wieder. Nein! Da kommt keiner dahin. Schön aufgehalten. Alter, warum war es sein Pömpel? Alter, was? Was war das hier? Guck, guck jetzt mal an! Der hat sein Pömpel, ne? Der hat seinen Pömpel, ne? Jetzt komme ich mit meinem Pömpel. Ne! Der hat ihn ja gar nicht aufgehalten, der Pömpel. Der war quasi nicht existent. Oh, Mann. Oh, Mann. Mann, mein... Das ist Pömpel-Rassismus. Nur weil mein Name blau ist. Au! Alter, was? So. Angriff, Angriff, Angriff! Ah, es wurde getauscht. Ich bin dann wieder mit dem Staub gefangen. Oh, Gott. Der Typ ist echt gut. Alter, das musst du dir mal geben, ey. Kommt der angesprungen, im Sprung, die Spikes und dann... Alter, das war richtig neid. Ach, jetzt fahrst du selber hier, ne? Ich mag dieses System nicht, habe ich gesagt. Trotzdem kann ich das nutzen. Ich mag nur das System nicht. Das ist ein Unterschied. Oh, mein Gott. Oder was ist passiert hier? Ich hab'n Pömpel, ich hab'n Pömpel, ich hab'n Pömpel, ich hab'n Pömpel. Was? Nein! Das ist doch... Ich hab' mich selber damit getroffen. Oh Gott, ich bin so sorry, ich bin geswitcht worden. Und ich hab'n kleinen... ...Leistungs-Boost bekommen. Oh, sorry. Boah, schon wieder. Ah! Ah! Ich find'n diesen Boost eigentlich gar nicht mal so verkehrer. Ja, kommt, aber... ...wird wenn du grad so filigran arbeiten möchtest. Ja, ähm... Oh, hi. Nein! Ich hab' eigentlich nur darauf beigeachtet. Ja, ich jetzt auch. Ich hab' auch ein bisschen auf die Gegend geachtet. Jetzt hab' ich nämlich zwei erwischt. Ich dachte, da kommt's dran. Oh, sorry, Mario. Ich hab' Spikes parat. Die mir gerade aber nichts nützen. Au. Nein! Au! 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 Ja, super. Ähm... ...was gerade wird. Ja, ein tolles Armut. Nein, ich will das Tor machen! Ja! Ich hab' so schön jetzt... ...kann' ich ein tolles Tor machen? Kommt einfach, Mario mit seinen... ...Anschub. Da, so. Klaut mir auf den Ball. Sieht man dich noch an der Cam? Nö. Man hat mich am Anfang gesehen. Am Anfang. Jaaa. Wir müssen jetzt eigentlich noch schnell ein Tor machen. Dann ist das gleiche Wichtigste wie gerade eben. Chris, oh ah, schade. Nein. Aber wenigstens wurde noch einer zerstört. Oh, war von uns. Sushi nigiri. So, dann ist diese Folge auch schon wieder vorbei. Ja, ey. Jo, wie hat es euch gefallen? Und was gibt es in der nächsten Folge? Demselben Modus normal. Demselben Modus normal. Okay, dann bis nächste Woche. Ciao. Bistoy, wir warten jetzt noch ein paar Franken. terribly sinds rewrite? Bis zum nächsten Mal.